Ich lernte jemanden durchs Internet kennen, der vorgab, Sadist zu sein. Aber als ich ihn bat, mich mit einem scharfen Messer zu schneiden, weißt du, was er da gesagt hat? Wenn ich das tue, dann blutest du doch. Was für ein Idiot. Ich war so enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass er kleine Stücke von mir abschneiden würde. Schupp, 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 schupp. Mich richtig zerstückeln. Mich mit einem Messer tranchieren. Ich will keine Gnade. Ich will leiden. Ich will schreien und mich wehren. Während ich grundlos geschlagen werde. Von jemandem, der keine Gefühle hat. Kein Vertrauen. Kein Interesse. Kein sexuelles Verlangen. Ich seh, dass er meine Fliegen abschneidet. Dann meine Füße. Und sich weiter nach unten vorarbeitet. Dann, kurz bevor er mir im Herz sticht, Ich seh, dass er ihn wahren ist. Es fängt auch in Zweiflung, dass er bald vorbei sein wird. Hast du schon einen Ständer? Ich muss dir nicht leid tun. Ich wollte nämlich, dass du mich auch vergewaltigst. Ich sagte, dass du es mir auch ganz langsam besorgst. Was ist denn? Was ist denn? Ich werde sie in Stücke schneiden. Was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich werde sie in Stücke schneiden. Ich leve mich. Und mache mich zu deiner Freude. Outro Vielen Dank.